Einen floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Am 23. und 24. Dezember haben wir gut ins Chest Opening reingehauen. 40 bis 50 Kisten, so um den Dreh, haben wir aufgemacht. Das Beste, was wir rausgezogen haben, ging an euch raus. Der Rest, meine eigenen privaten Kisten, waren so ein bisschen mau, muss ich sagen. Trotzdem konnten wir ein paar von euch glücklich machen. Und an alle, die es verpasst haben, können jetzt nochmal sehen, was wir alles so rausgezogen haben. Dann würde ich sagen, alles ersparte Kristalle von meinem Heart, sehr viel Schweißarbeit, natürlich. Vielleicht kriegen wir heute sogar was recht Gutes raus. Ja, okay, das hatte ich zwar nicht gemeint, aber ist ja auch egal. Magischer Wassereimer. Bitte Grundstückgutscheine. Okay, Drachen, okay. Barrieren. Du willst mich auch komplett flachsen. Spawner, 500.000 Dollar, Merry Christmas. Grundstücksgutscheine und dann kommt 15.000 Dollar. Das ist Mobbing. Frostiger Sternrad, ist der was wert? Der ist was wert, oder? Der ist doch safe was wert. Wenn der nichts wert ist, fress ich einen Besen. Ja, okay, vierte Reihe, geht so. Ja, warum 500k, wenn man auch 50 nehmen kann, ne? Merchgutschein nehme ich. Sieben besondere Zufallskisten. Zum Schluss nochmal ganz spannend gemacht. Gleich mal schauen, was wir für Kisten rausbekommen. Eine kleine Winterkiste. Möbelkisten. Zwei... Oh, Vote-Kisten. Epische. Ja, okay. Okay. Jetzt haben wir noch drei Osterkisten. Vote-Kisten. Zwei kleine Winterkisten gehen komplett klar. Zwei Möbelkisten. Drei Osterkisten. Supreme-Kisten. Die anderen drin. 5k. 25 Booster. Bitte, Booster. Nein, bitte. Ja, komm, wir machen mal die Winterkisten auf. Eisläufer, Digga. Das ist wirklich traurig. Das ist wirklich traurig. Lucky Block. Ja. Bam, zack. Wir brüchten nochmal deinen Ingame-Namen und machen schon mal hier eine Kiste auf. Ja. Ja. Ah, na ja, weiß ich nicht. Vorbei an zwei goldenen Herbstkisten. 5.000, zack. 50.000 Bargeld. Kann man machen. Warum bekommt ihr den geilen Scheiß und nicht bekommen? Ach, egal. 50, 1, 2, 3. Zack. 50 Karten raus. Dann haben wir eine Sup- Hier sind viele. Lucky Blöcke drin. Ich glaube, besser als das Ding. Na, Digga, hier kriegst du auch noch eine Supreme-Kiste. Alter, was ist denn da alles drin? 25k. Ach, Digga, das ist bodenlos. Das kriegt ja nochmal 25k. Oh, ich glaube, ein Teddy ist nicht da. Ah, wie schade. Müssen wir das leider neu verlosen. Er hat leider seinen Minecraft-Namen nicht reingeschrieben. Und da ich ihn leider nicht weiß, was wir ja dann so gesehen neu verlosen. Ja, ist ja blöd gelaufen hier. Ah, schade, schade. Na, hör mal. Ah, immer noch keinen Namen geschrieben. Ja, sehr schade. Ja, müssen wir leider neu ausrollen. Ja, hier kriegt er nochmal so letzter in der Liste. Hauptsache oft kriegt er auch noch eine Supreme-Kiste. Oh, da ist Spawn-Gest drin. Ah, ja, ne? Das ist, glaube ich, eine der schlechtesten Sachen, die man aus der Supreme-Kiste ziehen kann. Das ist der Grundstücksgutschein, das ist mehr wert. Hier. 5k. Ja, komm, ich würde sagen, wir machen hier noch ein paar epische Kisten auf. Vielleicht kriegen wir dann noch was Hübsches raus. Barriere können wir verlosen. Die können wir in die Kiste packen.